Wie war die Gesellschaft der Slaven und Aria organisiert? Es ist wichtig, sich der folgenden Sache bewusst zu sein, dass sich alle Menschen auf unterschiedlichen Stufen der Evolutionsentwicklung befinden. Und unsere Ahnen haben diese Stufen ganz klar voneinander unterschieden. Wenn die Jifatma das erste Mal aus dem Tierreich in das menschliche Reich übergegangen ist, dann hat sie zwar einen menschlichen Körper, den sie aufgebaut hat, aber die Wünsche, die Neigungen und die Fähigkeiten entsprechen denen eines Tieres. Solche Menschen werden in der russischen vedischen Kultur als Smerdi bezeichnet. Vom russischen Wort Smerdit, was so viel bedeutet wie übel riechen oder schlechten Geruch aussenden. In der indischen Version der vedischen Kultur werden diese als Shudras bezeichnet. Und es ist relativ leicht zu bestimmen, auf welcher Evolutionsstufe sich eine Jifatma befindet. Wenn ein Mensch nur den Wunsch hat, zu essen, zu schlafen, den Wunsch nach Sicherheit und den Wunsch nach sexueller Befriedigung und keine anderen Wünsche, dann bedeutet das, dass er ein Shudra ist. Wenn er also am Ende seines Lebens damit zufrieden ist, dass er sich all diese Wünsche erfüllt hat, dann ist er ein Shudra. Während des Lebens oder vieler Leben als Shudra bekommt die Jifatma die Möglichkeit, menschliche Eigenschaften herauszuarbeiten und kann dadurch weiter evolutionieren. Eine der Eigenschaften, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, Überschüsse zu erwirtschaften. Wenn der Mensch sich also in seinem Leben zum Ziel setzt, materiellen Reichtum zu erlangen und sich geschäftlich zu betätigen, dann bedeutet das, dass er sich bereits auf der nächsten Evolutionsstufe befindet. Das sind die sogenannten Vessi. Oder in der indischen Version die Vaisyas. So ein Mensch sagt, ich muss in diesem Leben ein Haus bauen, einen Garten anlegen, tugendhafte Nachkommen zur Welt bringen und er strebt nach dem Wohlergehen seiner Familie. Das ist schön und gut. Das ist seine Aufgabe in diesem Leben. Er muss danach streben, materiellen Reichtum anzuhäufen. In den Veden steht geschrieben, dass wenn ein Familienmensch nicht zur Anhäufung von materiellem Reichtum strebt, dann handelt er verantwortungslos. Denn für diese Stufe der Evolutionsentwicklung ist das Streben nach materiellem Reichtum wichtig. Wenn die Jifatma diese Stufe der Evolution abgeschlossen hat, geht sie auf die nächste Stufe über. Der Mensch beginnt zu verstehen, dass er zwar eine Familie, ein Haus, gute Gesundheit, eine Einkommensquelle hat usw., was schön und gut ist, aber es gibt Feinde, die ihm sein Haus wegnehmen können, die seine Kinder töten können und die seine Ehefrau erniedrigen können usw. Das heißt, er versteht, dass die bisherige Lebensweise nicht ausreichend ist, dass da etwas fehlt. Und er bekommt den Wunsch, nicht nur innerhalb seiner Familie, sondern auch außerhalb seiner Familie Ordnung zu schaffen, also für geordnete und geregelte Verhältnisse in der Gesellschaft zu sorgen. Das heißt, er wird zu einem Kshatriya, zu Deutschkrieger oder Administrator. In der indischen Version der Veden heißt es Kshatriya. Auf dieser Evolutionsstufe hat der Mensch bereits das Verlangen, sich nicht nur um das Wohlergehen seiner eigenen Familie zu kümmern, sondern auch um das Wohlergehen seiner Straße, seiner Wohnsiedlung, seines Landkreises, seines Landes und sogar der ganzen Welt. Das ist also ein Kshatriya. Er befindet sich auf der Evolutionsstufe, wo er das Verlangen hat, um sich herum Ordnung zu schaffen. So ein Mensch sagt, solange in meiner Brust ein Herz schlägt, werde ich mit Ehre mein Vaterland verteidigen. Wenn das also sein Lebensziel ist, dann ist er ein Kshatriya, ein Krieger. Und wenn er dieses Ziel zum Ende seines Lebens erreicht, dann schließt er diese Evolutionsstufe erfolgreich ab. Im nachfolgenden Leben bekommt er die Möglichkeit, auf die nächste Evolutionsstufe überzugehen. Dort wird er bereits verstehen, dass man die Welt um sich herum nicht mit Waffengewalt ordnen kann, sondern man muss seine eigene, innere Welt ordnen. Und er begibt sich auf den Weg der Selbstvervollkommnung. So ein Mensch sagt, die Menschen in der Welt versuchen Reichtum anzuhäufen. Einem anderen etwas wegzunehmen, schlachten sich gegenseitig ab. Ich aber sehe bereits mein eigenes Begräbnisfeuer. Denn die Streitigkeiten in der ganzen Welt interessieren mich nicht. Er versteht, dass man niemanden mit Gewalt und mit Waffen ändern kann. Man kann in dieser Welt nur sich selbst verändern, denn diese Welt ist ideal. Diese Welt wird durch unsere Götter gesteuert und es ist nicht notwendig, an dieser Welt etwas zu verändern. Man muss in dieser Welt sich selbst verändern. Und so ein Mensch begibt sich auf den Weg der Selbstvervollkommnung. Das sind also die vier Evolutionsstufen in der menschlichen Form des Lebens. Und genau wie es unterschiedliche Verpflichtungen in den jeweiligen Evolutionsstufen gibt, gibt es auch eigene Verpflichtungen in den unterschiedlichen Lebensabschnitten eines Menschen. Unabhängig davon, auf welcher Evolutionsstufe sich ein Mensch befindet, hat er in seinen verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Verpflichtungen. In allen Altersstufen, also als Kind, als Jugendlicher, als Mann und als älterer Mann, hat ein Mensch eigene, ganz klar festgelegte Verpflichtungen. Und diese Verpflichtungen gibt es auf jede der vier Evolutionsstufen. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Aufbau der Gesellschaft. Vergleichen wir den grundlegenden Aufbau der Gesellschaft der Slaven und Aria mit der heutigen Demokratie. Wer hat in der heutigen Demokratie das Recht, über das Schicksal einer Gesellschaft mitzubestimmen? Beispielsweise psychisch kranke Menschen, die frei auf der Straße herumlaufen können. Alkoholiker, Drogenabhängige, Betrüger unterschiedlichster Art, verurteilte Verbrecher und anderer Abschaum, der an der Gesellschaft parasitiert, haben in einer Demokratie ein Stimmrecht. Unsere Ahnen dagegen haben gesagt, dass nur derjenige ein Stimmrecht haben kann, der ein richtiger Hausherr ist. Das bedeutet, dass er eine starke Familie hat, dass er diese Familie selbstständig ernähren kann und dass er seinen Haushalt richtig führen kann. Das heißt, im Volksrecht hat ein Mensch nur dann ein Stimmrecht, wenn er mit seiner Lebensweise bewiesen hat, dass er in der Lage ist, den Raum um sich herum zu ordnen und zu harmonisieren. Nur in diesem Fall hat er, als das Oberhaupt einer Familie, als einziger Vertreter dieser Familie ein Stimmrecht. Alle anderen Familienmitglieder können zwar bei einer Volksversammlung dabei sein, aber sie haben kein Stimmrecht. Eine allgemeine Volksversammlung wurde in der russischen Kultur als Vetsche bezeichnet. Und dort konnten alle Menschen ihre Fragen oder irgendwelche Anliegen vortragen. Die Familienoberhäupter, die stimmberechtigt waren, haben sich zu einer Kopa versammelt. Eine Kopa ist eine Zusammenkunft von stimmberechtigten Männern. Sie lösen die Fragen und Anliegen, die bei einer Volksversammlung vorgetragen wurden. Auf welche Weise geschieht das? In einer Demokratie beispielsweise ist das Hauptkriterium für die Entscheidungsfindung die Meinung der Mehrheit relevant. Beim Volksrecht dagegen, bei der Versammlung der mündigen, stimmberechtigten Männer, ist das Hauptkriterium für die Entscheidungsfindung die Einstimmigkeit aller versammelten Männer. Denn unsere Ahnen wussten, dass die Mehrheit nicht aus den klügsten, sondern aus den weniger klugen oder manchmal sogar aus dummen Menschen besteht. In jeder Gesellschaft gibt es jemanden, der am klügsten, am talentiertesten und evolutionsmäßig am weitesten entwickelt ist. Deswegen sagen alle vernünftig denkenden Menschen, wir wollen, dass an der Spitze unserer Gemeinschaft der klügste von uns steht. Auf welche Weise geschieht das? Wie findet im Volksrecht die Wahl der Volksvertreter statt? Zehn stimmberechtigte, mündige Männer, richtige Hausherren, die als Nachbarn einander gut kennen, versammeln sich und sagen, wer von uns wird in der Gesellschaft unsere zehn Familien, unsere zehn Haushalte vertreten? Und sie kommen alle zum gleichen Ergebnis. Sie wählen alle den Klügsten und den Erfolgreichsten von ihnen, denjenigen, der sich am besten in den vedischen Schriften auskennt. Denn sie alle sind daran interessiert, dass sie von dem Besten aus ihrer Gemeinschaft vertreten werden. Dieser Mann wird dann als Zehnschafter bezeichnet, denn er ist jetzt außer seiner auch noch für neun weitere Familien verantwortlich und hat das Recht, sie bei Volksversammlungen zu vertreten. Und er ist jedem der neun Männer aus der Koper rechenschaftspflichtig, denn er handelt ja auch in ihrem Auftrag. Er dient somit dieser Gemeinschaft aus zehn Familien. Aber welchen Vorteil zieht er daraus? Nun, wie wir bereits zu Anfang dieses Vortragsabschnittes gesagt haben, kann er, wenn er Verantwortung übernimmt, wesentlich schneller evolutionieren. Er bekommt mit dieser Verantwortung die Möglichkeit, in seiner Evolutionsentwicklung sehr schnell voranzukommen. Wenn sich dann zehn solcher Zehnschafter versammeln, dann wählen sie nach den gleichen Kriterien bereits unter ihnen den besten, den erfolgreichsten und den klügsten Vertreter aus. Das ist dann ein Hundertschafter. Denn dieser Mann vertritt bereits 100 Familien. Zehn solcher Hundertschafter wählen unter sich den Tausendschafter aus. Zehntausendschafter wählen unter sich einen Fürsten aus. Und die Fürsten wählen anschließend unter sich den Regenten für das ganze Land aus. Auf diese Weise kommt der beste Vertreter des Volkes an die Macht. Und dieser oberste Fürst wurde als Monarch bezeichnet. Zum Monarchen konnte dabei nur ein Mensch gewählt werden, der den feinstofflichen Körper des Intellektes gut entwickelt hatte und dazu in der Lage war, sein Bewusstsein in diesen Körper zu übertragen. So ein Mensch hatte wahrlich das Recht, sich als Monarch zu bezeichnen. Und nur so ein Mensch hatte auch das Recht, die Verantwortung für ein ganzes Volk zu übernehmen. Auf diese Weise kam der beste Vertreter des Volkes an die Macht. In einer Demokratie dagegen kommt unweigerlich der schlimmste Vertreter des Volkes an die Macht. Beim Volksrecht kommt der beste Vertreter an die Macht. Demokratie und Volksrecht sind zwei völlig verschiedene Dinge. In einer Demokratie beispielsweise ist das so, dass wenn ein Mensch mit einem Verbrechen konfrontiert wird, er die Wahl hat, sich einzumischen oder nicht einzumischen, um dieses Verbrechen zu verhindern. Oder wenn er Zeuge eines Verbrechens geworden ist, dann kann er sich dennoch ziemlich entspannt in einen Gerichtssaal setzen, irgendwo in den hinteren Reihen und dort nebenbei eine Zeitung lesen und sich an der Aufklärung eines Verbrechens nicht beteiligen. Er hat also keine gesellschaftlichen Konsequenzen zu befürchten. Es geht in einer Demokratie sogar so weit, dass es den Menschen auf gesetzlicher Ebene verboten wird, nicht nur Verbrechen zu verhindern, sondern es wird sogar verboten, sich selbst und ihre Familien zu schützen. Die Demokratie ist also ein System, welches schlussendlich eine Gesellschaft zur völligen Degradation führt. Beim Volksrecht dagegen haben unsere Ahnen uns aufgetragen, dass wenn ein Mensch mit einem Verbrechen konfrontiert wird, wenn er Zeuge eines Verbrechens wird, dann hat er gemäß den Geboten unserer Ahnen und gemäß den Gesetzen unserer Götter die Pflicht, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um dieses Verbrechen zu verhindern. Wenn er das nicht macht, dann gilt er als Mittäter dieses Verbrechens und wird auch als Verbrecher behandelt. Deswegen hatte in einer auf dem Volksrecht aufgebauten Gesellschaft jeder Mensch darauf geachtet, dass die Gesetze dieser Gesellschaft von allen eingehalten werden. In einer demokratischen Gesellschaft dagegen hat keiner irgendwelche Verantwortung. Wie gesagt, Demokratie und Volksherrschaft, das sind zwei verschiedene Dinge. Auf diese Weise steuerte sich die Gesellschaft der Slaven und Aria selbst. Das war eine selbsttragende Staatsstruktur. Das bezeichnet man als selbsterhaltende Monarchie. Das heißt, wenn das Volk sich selbst trägt mit Hilfe des Monarchen, also mit Hilfe des besten Vertreters dieses Volkes. Das ist das Detail des Monarchies. Das ist das Verbrechen des Monarchens. Das ist das Verbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020